Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video Tutorial für YouTube. In meinem heutigen Videoclip möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach mit Photoshop einen Planet erstellen kann. Hier für eins meiner aktuellen Composings, das ist so quasi im Science Fiction Man Black Look, habe ich mehrere Planeten erstellt, das waren glaube ich so ein gutes Dutzend und habe mich dann letztlich für diese zwei hier entschieden. Einmal dieser blaue Eisplanet und dann eher hier so ein rötlicher Feuerball. Ich zeige euch jetzt, wie man hier diesen Eisplanet erstellen kann. Dazu nehme ich einfach mal den Hintergrund von diesem Composing. Vielleicht werde ich irgendwann mal erklären, wie man so einen Sternhintergrund erstellen kann. Das ist im Grunde auch ganz einfach, das geht entweder mit dem Rauschen-Hinzufügen-Filter, mit dem Verrechnungsmodus Sprenkeln oder einfach klassisch mit einem Pinsel die Punkte tupfen und dann duplizieren. Werde ich vielleicht nochmal in Zukunft ein extra Training zumachen, aber heute möchte ich euch ja nur zeigen, wie man so einen Planeten erstellt. Da fangen wir auch jetzt an. Ich lösche mal hier die Ebene mit dem Composing. Und nun, der erste Schritt besteht darin, verschiedene Strukturen, die ich hier fotografiert habe, ich habe davon tausende, zusammenzulegen und die dann so zu wölben, dass sie kugelförmig aussehen. Da fangen wir jetzt mal an. Als erstes mal werde ich an jeder dieser Strukturen kleinere Retuschen vornehmen und später werden wir die dann in unser Sternhintergrunddatei rüberziehen. Fangen wir jetzt mal an. Ich werde jetzt hier erstmal mit dem Kopierstempel hier diesen Dübel wegoperieren, indem ich hier einfach ganz ordentlich rübergehe. Das war's schon, der ist fertig. Diese Struktur kann man so lassen, die habe ich einfach nur im Rohrkonverter entsättigt, den Kontrast aufgestallt, dass er so schön knusprig aussieht. Und damit ist diese Oberfläche schon bedient. Jetzt haben wir hier eine zweite, sehr wichtige Oberfläche. Das war eine Fliese, die ich mal fotografiert habe. Da sieht man also hier schöne Strukturen. Das könnten irgendwelche Berge oder Schluchten oder Straßen oder sowas sein. Was hier noch gemacht werden muss, das sind hier diese Risse. Die muss man auch verschwinden lassen. Die machen vielleicht keinen guten Eindruck. Nachher, wenn das gewölbt ist, das werde ich jetzt ganz ordinär mit dem Stempel auch wieder wegoperieren hier. Damit das nicht so auffällt. Also so ein Riss würde nachher aussehen wie ein Riss. Und das würde dann die Illusion der Planetenoberfläche zerstören. Deswegen mache ich jetzt hier mal die Risse weg. Ich gehe einfach mal so drüber. Gucken wir das mal an. Hier ist noch was. Das sieht noch ein bisschen blöd aus. Das würde nachher auch noch auffallen. Eventuell gerade auch alles, was in der Mitte ist, was Gefahr läuft, nachher im Spot zu sein, könnte die Illusion zerstören. So, hier ist vielleicht noch was. Das sieht noch ein bisschen blöd aus. Und da sind wir auch schon fertig. Ich habe im Rollkonverter bei dieser Oberfläche auch wieder die Klarheit richtig nach rechts gezogen. Damit also die Kontraste richtig nach vorne treten. Das hier ist auch noch nicht so schön. Habe die Farbe erstmal drin gelassen. Und so. Jetzt kann es gleich losgehen. Das hier ist die Hauptstruktur, weil die so ein bisschen planetenoberflächemäßig aussieht. Ich ziehe jetzt hier rüber. Transformiere die mal. Bei gedrückter Shift-Taste habe ich jetzt gedreht, damit die einrastet bei 90 Grad. Die Größe lasse ich mal so. Dann hole ich mir die nächste Oberfläche. Ziehe die mir ebenfalls hier rüber. Bei gedrückter Shift-Taste. Jetzt werde ich die einfach mit einer Maske mal ausblenden. Bei gedrückter Alt-Taste wird die automatisch ausgeblendet. Jetzt nehme ich mir hier das Verlaufswerkzeug Radial. Und werde jetzt hier einfach mal mit weißer Farbe hier so ein bisschen die Oberfläche vorholen. Dann nehme ich die dritte Oberfläche. Ne, die war hier vorne. Die hier. Gedrücktes Verschieben-Werkzeug. Ziehe ich jetzt bei gedrückter Maustaste hier drauf. Bei gedrückter Shift-Taste wird die automatisch zentriert. Die werde ich ebenfalls ausblenden bei gedrückter Alt-Taste. Und werde jetzt hier auch ein paar G, ein paar Stellen hier. Okay, das ist schon zu viel. Ich nehme mal den Verrechnungsmodus weiches Licht. Hier ist jetzt ein bisschen rumspielen angesagt. Vorher, nachher. So, dass es möglichst cool aussieht. Vorher, nachher. Jetzt gehe ich nochmal hier in die Maske. Werte ich auch nochmal ein bisschen auf. Das Ganze hervorholen. Okay. Genau. Hier sehe ich eine scharfe Kante. Hier oben sehe ich eine scharfe Kante. Hier unten sehe ich eine scharfe Kante. Da kann ich mich gleich orientieren, wenn ich den Kreis oder die Kugel ausschneide. Aber so sieht es schon ganz gut aus. Vorher, nachher. Da ist jetzt schon ein bisschen Knack drin. Das möchte ich auch jetzt schon so lassen. Ich hebe das mal alles auf eine Ebene. Mit Shift, Alt, Apfel und E. Und werde jetzt eine Kreisauswahl aufziehen. So. Jetzt habe ich hier meinen Kreis. Und werde jetzt die Kopie machen. Ausschneiden durch Ebene durch Kopieren. Und jetzt habe ich hier meine Kugel. Jetzt kann ich hier die anderen Ebenen mal ausblenden. Und habe jetzt meine Kugel, meinen Kreis auf dem Sternenhintergrund. Jetzt kann man die natürlich noch drehen. Ich habe mich jetzt entschlossen vorhin schon. Ich werde jetzt also hier unten rechts eine dunkle Seite anlegen. Jetzt drehe ich das Ganze schon mal, dass das Dunkle nach unten rechts ist. Und das Helle eher nach oben links. Bestätige das. Und jetzt wird das Ganze gewölbt. Ich wähle das aus, indem ich bei gedrückter Apfeltaste hier auf diese Miniatur klicke. Und nehme nun den Verzerrungsfilter Wölben. Und werde jetzt 100% wölben. Zack. Hat er gewölbt. Jetzt mache ich es nochmal mit Apfel und F. Und vielleicht nochmal. Nö, ist mir nicht stark. Gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Okay. Das sieht jetzt ziemlich kugelig aus. Ich hebe die Auswahl auf mit STRG und D. Schauen wir jetzt die Kante an. Die Kante ist nämlich bei dem Wölbenfilter immer die Krux. Genau. Die sieht jetzt sehr verpixelt aus hier. Das soll natürlich nicht sein. Deswegen mache ich aus der Ebene jetzt ein Smart-Objekt. Und werde den GAUSCHEN-Weichzeichner drauf anwenden. In der 4 bei GAUSCHEN-Weichzeichner. Und werde jetzt hier einfach mal gucken, bei wie vielen Pixeln das Ganze anfängt gut auszusehen. Ich sage mal 0,9. Okay. Jetzt habe ich also den Planet komplett weich gezeichnet. Da ich aber nur die Kante weich gezeichnet haben möchte, gibt es jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal könnte ich jetzt eine Auswahl erstellen. Und die dann hier oben mit Auswahl verändern, Rand, einen Rand hier aufziehen. Mache ich aber jetzt nicht, weil der Rand maximal 200 Pixel breit sein darf. Das ist mir zu eng. Deswegen werde ich jetzt hier einfach hingehen, die Auswahl invertieren und ganz ordinär und einfach mit einem Pinsel und weißer Farbe hier entlang malen. Okay, das funktioniert. Ich male jetzt hier einfach mal so rum. Mit ruhiger Hand. Vielleicht werde ich gleich nochmal eine größere Pinselspitze nehmen, dass die Pixel jetzt gleich im Randbereich weich sind. Ich zoome jetzt mal. Gucken wir es mal an. Aha. Hat geklappt. Jo, kann man so lassen. Jetzt gehe ich einfach hin und werde nochmal die Stärke verändern. Und zwar nehme ich hier 1,5. Und jetzt ist der Horizont dieses Planeten auf jeden Fall nicht mehr verpixelt, sondern weich und unscharf. So sieht das eigentlich ganz realistisch aus. Okay. Jetzt kommen wir daran, unseren Planeten etwas mehr Plastizität zu verleihen. Dazu brauchen wir jetzt eine leere Ebene. Und zwar für die Atmosphäre. Ich werde jetzt hier die leere Ebene füllen, egal mit welcher Farbe, mit schwarz. Hebe die Auswahl auf mit STRG D, Apfel D. Jetzt ziehe ich die Fläche raus und die Pixel sind zwar jetzt unsichtbar, aber noch vorhanden. Das ist nämlich gut so, weil ich jetzt hier einen Ebenenstil anlegen kann. und zwar Schein nach außen in einem ganz milden blau. Helles blau. So. Ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Okay. Das soll reichen. Jetzt nehme ich noch einen Schein nach innen. Das mache ich auch leicht bläulich, minimal aber nur. Okay. Größe. Mit der Deckkraft gehe ich noch ein bisschen runter. Gut. Soll mir jetzt reichen. Als nächstes werden wir hier diverse Schnittmasken anlegen. Ebenen anlegen in Schnittmaske zu einer Planetenfläche. Und zwar um zu färben. Ich will jetzt mal eine blaue Farbe aus für den Planeten zu färben. Sagen wir mal sowas in der Art im Modus Farbe fülle mit Alt- und Rückschritt-Taste und jetzt ist der Planeten schon blau. Ich werde aber noch mal ein anderes blauen nehmen. Ich werde mal versuchen hier genau, so ein bisschen mehr Himmelblau. Genau, den blauen habe ich gesucht. Gut. Der Vorteil ist jetzt der, dass ich gleich den Planeten mit weiteren Ebenen, ich gehe mal hier auf den Abreißblock, um eine neue Ebene zu erstellen. Jetzt kann ich dem Planeten noch ein bisschen Plastizität verleihen, indem ich hier unten das Abschatte weiter und hier oben aufhelle. Und später kann ich dann hier oben diese Atmosphäre mit einer Maske hier rausmalen. Dazu muss ich natürlich noch die Geschichte hier später rastern. Werde ich aber erst nachher machen, im nächsten Schritt. Als nächstes werde ich das so machen, dass ich hier mit schwarzer Farbe einfach mal versuche, jetzt den Planet abzudunkeln hier im unteren Bereich. So. Okay. Ich gehe mal mit der Deckkraft runter, versuche noch mal im Zentrum noch ein bisschen abzudunkeln hier. Mal hier noch mal so lang, damit der Übergang ein bisschen weicher ist. Jawohl. Hier noch ein bisschen schwarz rein. Okay, am Rand. Gut. Alles klar. Die Deckkraft nehme ich noch ein bisschen hoch, damit es noch wirklich schwarz wird. So. Alles klar. Das ist jetzt die Ebene für das Abdunkeln. Jetzt lege ich noch eine weitere Ebene an. Fürs Licht. Hier oben kommt ja noch Licht hin. Da werde ich noch mal in der Schnittmaske die weiße Farbe nehmen und hier oben gerade mal mit weißer Farbe Licht reinmalen. So. Okay. Vorher, nachher. Ein bisschen zum Rand hin. Heute arbeite ich übrigens mit der Maus, weil das hier mehr eine technische Sache ist. Normalerweise bunt sich ja ein Digitalstift. Deswegen klickt das jetzt hier andauernd, weil ich die Maus benutze. Gut. Alles klar. Mal transformieren. Oben hält, unten dunkel. Jetzt können wir die Atmosphäre wieder einschalten. Und natürlich ist hier unten die Atmosphäre jetzt völlig unrealistisch. So von Weitem betrachtet sieht es ganz gut aus. Hier auch gerade im Licht. Und hier unten muss es jetzt natürlich rausgemalt werden. Deswegen gehe ich hin, werde jetzt den Ebenstil rastern. So dass aus dieser Ebene jetzt eine Pixelebene wird. Und mit einer Maske kann ich jetzt hier non-destruktiv den Ebenstil rausmalen. Ich gehe jetzt mal hier auf 100%. Und da wo es eh dunkel ist und das komplett weg muss, male ich es mal komplett weg. So. Und jetzt hier am Rand werde ich gleich die Deckkraft ein bisschen reduzieren müssen. Damit ich da mehr Gefühl habe. So. Und jetzt muss ich jetzt hier ganz vorsichtig so ein bisschen rausmalen. So. Das war schon zu viel. Nochmal. Okay. Ja. Hm. Okay. Doch. Also mit dem Planeten kann ich schon leben. Das wäre für so ein Composing eigentlich optimal. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Jo. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. und viel Spaß beim Nacharbeiten. Ach so. Bevor ich es vergesse. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Strukturen runterladen. Da wird gerade ein Link eingeblendet. Da dürft ihr die Strukturen runterladen und damit arbeiten. Egal ob kommerziell oder nur als Hobby. Jo. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann ist rich unbe knew. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.